Musik 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 Mehr in der Lage ist, mehr Varianten zu spielen. Wir haben ja schon ausgearbeitet, dass diese... Geht's auch los. Applaus Mit...Punkterfolg. Applaus 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 Auch gesehen, dass der Rückern parallele Ball von Schellberg... ...ist nicht mehr in Düsseldorf aktiv im Training... ...trifft, aufeinandertreffen, die kennen sich aus der täglichen Arbeit aus Düsseldorf. Applaus 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 Seine Gansch, der seine eigene Stärke in der Rückhand ein bisschen aufopfert... Applaus Applaus ...ist dann der Respekt vor Schellberg mit seiner Rückhand doch mehr gegeben. Applaus 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 Gut kann mit der Rückhand die Tischmitte abdecken... Applaus ...resultieren Applaus 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 Franziska hat dementsprechend dann reagiert und platzierte im Meer Richtung Rückhand. Applaus 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 Nej Das ist ein wesentlicher Schlüssel gegen Patrick Franziska. Auch da wieder Rückhand... ...und auch fünf Satzbälle somit für sich zu Buchharts. Und deswegen haben wir jetzt einen ganz schnellen zweiten Satz... ...abgeben musste. Mit dem Vorteil... ...dreffend und anruft. ...gabbar. ...Los langsamer Geräusch... ...burarb. ...Märme Kose. ...B!!! ...Märme Kose. ...Märme Kose. Auf den Aufschlag kann er sich verlassen. Schellberg ist da zwar besser, aber nicht so gefährlich. Zum Beispiel mit der Rückhand der FU beginnen kann. Wahrscheinlich Franz Spezial, da ist er gegen Läufer vor uns. Schellberg liegt kurz. Na, da haben wir die Rückhandband. Ausgleich. Applaus Der Aufschlag. Die richtige Platzierung erwischen. Applaus Gute Mischung, gute Mischung. Auch bald Schellberg. Kennen werden. Erstmal heißt es Aufschlag. Franziska. Einfluss genommen auf den Rhythmus in dem Spiel ist er jetzt sehr, sehr schnell auch von der Ende zu kommen. Kein Gegenloch. Könnte auch lang und schnell aufschlagen. Applaus Super reagiert hier. Mit einer ganz kurzen reflexartigen Jüngung. Da nochmal Longline in die Form von Patrick Franziska. Jetzt passt es wieder. 3-8. Applaus Jetzt wäre vielleicht nochmal die Variante Längenwechsel. Lang, schnell, halblang. Da Vorhandseite angespielt, jedoch Netzball angezeigt. Wiederholung. Bleiben drin. Franz passt sich mit der Beinarbeit nicht an. Dann macht er auch den Fehler. Wir haben noch keine Match in diesem vierten Satz zu sprechen. Einen Braucher. Denn das reicht. Im Duell der TTBL-Giganten setzt sich Schellberg durch. Der TTBL-Giganten setzt sich Schellberg durch. Mit 3-1. Im Duell der TTBL-Giganten setzt sich Schellberg durch. Im Duell der Hindu, der TTBL-Giganten setzt sich an. Im Duell der TTBL-Giganten элемent als Schellberg durch. Untertitelung des ZDF, 2020